Am Freitag, den 11. März 2016, ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Berliner Straße, Ecke Rauenthaler Bergstraße. In den Verkehrsunfall waren drei Pkw verwickelt, wovon zwei, ein BMW und ein Nissan, erheblich beschädigt wurden. Mehrere Personen wurden bei dem Unfall verletzt, so dass die Feuerwehr mit zwei Rettungswagen anrückte. Ein Patient wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, die anderen Verletzten wurden vor Ort im Rettungswagen versorgt. Auf der Bundesstraße 7 und der Rauenthaler Bergstraße kam es während des Einsatzes zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung.